Das Soho Hotel liegt in Budapest in Budapest Region. Das Soho Hotel ist sehr beliebt unter den Gästen, 91% empfehlen das Hotel weiter. Das Hotel hat eine sehr gute Bewertung. Die 70 Gäste die das Hotel bewertet haben vergeben durchschnittlich 5 von 6 Sonnen. Nun die Bewertungen im Detail, Lage und Umgebung. Das Hotel hat eine sehr gute Lage, was sich durch die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, gute Verkehrsanbindung, Bars und Restaurants um die Ecke sowie Entfernung zum Strand auszeichnen kann. Es werden 5,5 von 6 Sonnen vergeben. Service 5,4 von 6 Sonnen vergeben Gäste für den Service des Hotels. Dieser lässt keine Wünsche offen. Hotel allgemein Sowohl die Sauberkeit als auch der Zustand des Hotels wird von den Gästen gelobt, was sich durch eine sehr guten Bewertung von 5,2 Sonnen von 5,2 Sonnen widerspiegelt. Zimmer Die Zimmer des Hotels werden gut bewertet und erhalten 4,7 von 6 Sonnen. In diese Bewertung fließen die Punkte Sauberkeit, Ausstattung und Größe des Zimmers ein. Gastronomie Viele Gäste sind der Meinung, dass dieses Hotel eine gute Küche hat und vergeben hierfür 4,6 von 6 Sonnen. Sport- und Unterhaltungsprogramme Das Unterhaltungs- und Sportprogramm empfinden die Gäste als akzeptabel und vergeben. Hierfür 3,2 von 6 Sonnen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.